Wenn in eines Menschenherz ein Gedanke, Gutes zu tun, aufsteigt, alsbald schon stehen bei ihm die guten Geister, auch wenn das Gute noch nicht ausgeführt ist. Und wenn in seinem Herzen ein Gedanke, Böses zu tun, aufsteigt, alsbald stehen bei ihm die bösen Geister, auch wenn das Böse noch nicht ausgeführt ist. Untertitelung des ZDF, 2020